Hallo hier bin ich beim OBI. Ich habe ja gesagt bei 900 Abonnenten-Special machen wir ein Raumtour durch meine Wohnung und möchte aber ein bisschen, dass alles aufgegreift ist, ein bisschen was herrichtet. Meine Küche muss nicht gestrichen werden und deswegen ein paar Sachen gekauft. Farbe, Sachen zum überdecken, dass man ja also auch zum abkleben, Benzel, Roller, was dazugehört. Man möchte wieder schönerweise wandern in der Küche und möchte alle Vorbereiter für eine Woche brauchen. Dann können wir zusammen durch meine Wohnung laufen. Ich mit 900, ich weiß gar nicht wie viele Abonnenten wir sind, 925. Ich bin echt stolz auf euch. Ich feiere jeden Abonnent von euch. Und ich brauche alles, also Actionbeater, Zeuge wie ich lebe, Motivationszeuge, Bodybuilding, was auch immer, Stanz. Und mit dem einen und anderen YouTuber noch zusammen schaffen, ja und jetzt geht es an den Kass. Das ist der Part, wo mir nicht gefällt. Okay.